Bitte hören Sie sich diese CD nicht an, wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen, zum Beispiel beim Autofahren. Herzlich Willkommen! Mein Name ist Ralf Lederer und ich begleite Sie nun auf Ihrer Reise in Ihr Unterbewusstsein. Bevor es jedoch losgeht, hier noch einige Hinweise für Sie. Die auf dieser CD gesprochenen mentalen Techniken sind so effektiv, dass Sie früher oder später in einen Zustand einer tiefen körperlichen Entspannung führen. Aufgrund der einsetzenden Tiefenentspannung sollten daher Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einem krankhaft niedrigen Blutdruck, Asthma oder Epilepsie, aber auch Schwangere vor der ersten Anwendung dieser CD ihren Arzt befragen. Bevor Sie gleich in den Genuss dieser wohltuenden, tiefen Entspannung kommen, sollten Sie dafür sorgen, dass Sie von nun an nicht mehr gestört werden. Wenn Sie es nicht schon bereits getan haben, dann setzen oder legen Sie sich jetzt ganz bequem hin. Schließen Sie nun Ihre Augen und folgen Sie meinen Anweisungen. Konzentriere Dich jetzt bitte nur auf Deine Augenlider und tue einfach mal so, wie ein Mensch, der beweisen möchte, dass er seine Augenlider so tief entspannen kann, dass man das Gefühl hat, tiefer entspannt geht nicht mehr. Fühle oder stelle Dir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn Deine Augenlider jetzt immer schwerer und schwerer werden würden. Schwere und schwerer werden Deine Augenlider. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 angekommen, lässt Du die Entspannung, die Du bis dahin schon in Deinen Augenlidern erreicht hast, einfach durch Deinen ganzen Körper fließen. Bei der Zahl 3 angekommen, lässt Du die Entspannung, die Du bis dahin schon in Deinen Augenlidern erreicht hast, durch Deinen ganzen Körper fließen. Du sendest dann einfach eine Welle der Entspannung aus Deinen Augenlidern heraus, durch Deinen Körper bis in Deine Füße hinein und von dort aus wieder zurück in den Kopf. Stelle Dir dann einfach vor, wie sich das anfühlen würde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehr gut. Und weil der Mensch durch Übung immer besser wird, konzentriere Dich bitte nun noch einmal nur auf Deine Augenlider und stelle Dir wieder vor, Du bist ein Mensch, der beweisen möchte, dass er seine Augenlider so tief entspannen kann, und dann, dass er das Gefühl hat, tiefer entspannt geht nicht mehr. Ich zähle gleich wieder von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 angekommen, lässt Du wieder die Entspannung aus Deinen Augenlidern heraus, durch Deinen Körper bis in die Füße und von dort aus zurück in den Kopf fließen. 1, 2, 3. Jetzt. Sehr gut. Ich werde gleich wieder von 1 bis 3 zählen. Diesmal bei der Zahl 3 angekommen, öffnest Du die Augen, ohne dass sich Dein bis dahin erreichter Entspannungszustand ändert. Diesmal bei der Zahl 3 angekommen, öffnest Du die Augen, ohne dass sich Dein bis dahin erreichter Entspannungszustand ändert. Zähle ich jedoch dann rückwärts von 3 auf 1, dann schließt Du Deine Augen bei der Zahl 1 wieder und sinkst doppelt so tief in den Zustand der Entspannung als davor. 1, 2, 3. 3 Augen auf 3, 2, 1 Augen zu Tiefer entspannt Du singst immer tiefer und tiefer 1, 2, 3 Augen auf 3, 2, 1 Augen zu 1, 2, 3 Augen auf 3, 2, 1 Augen zu Noch tiefer entspannt Je tiefer Du entspannst, umso wohler fühlst Du Dich und je wohler Du Dich fühlst, umso tiefer sinkst Du in die Entspannung. 1, 2, 3 Augen auf 3, 2, 1 Augen zu Gedanken ziehen wie Wolken an Dir vorbei Du hältst keinen Gedanken mehr fest Du lässt Deine Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. Jedes Geräusch um Dich herum nimmst Du als Zeichen, noch tiefer zu entspannen. Ich zähle gleich rückwärts von 10 bis 0. Mit jeder Zahl, die ich rückwärts zähle, singst du doppelt so tief in die Entspannung als davor. Mit jeder Zahl, die ich rückwärts zähle, singst du immer tiefer und tiefer in dieses angenehme Gefühl von innerer Ruhe und absoluter Müdigkeit. Aber ganz egal, wie tief du auch in die Entspannung singst, irgendetwas in dir hält immer den Kontakt zu meiner Stimme. 10 Tiefer entspannt 9 8 Mit jedem Takt dieser Melodie singst du tiefer. 7 7 6 Du fühlst dich vollkommen wohl. 5 5 4 Dein Unterbewusstsein öffnet sich weit. 3 Alles, was ich sage, dringt tief in dein Unterbewusstsein ein. 2 Noch tiefer entspannt. 1 1 0 Alles, was ich sage, wird zu einem Teil von dir. 3 Ich zähle gleich, wieder von 1 bis 3. Diesmal bei 3 angekommen, kreiert dein Unterbewusstsein für dich. Eine wunderschöne Situation an einem wunderschönen Ort. 3 Dieser Ort ist dein ganz persönlicher Wohlfühlort, an dem alles genau so sein wird, wie du es magst. 3 Ich zähle gleich von 1 bis 3 und bei der Zahl 3 angekommen, kreiert dein Unterbewusstsein für dich eine wunderschöne Situation an einem wunderschönen Ort. 4 Es wird dein ganz persönlicher Wohlfühlort sein und alles an diesem Ort wird genau so sein, wie du es magst. 5 5 5 6 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 17 16 17 17 18 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 21 22 23 24 24 25 25 25 ist, möchte ich einen Teil deines Unterbewusstseins darauf aufmerksam machen, dass du zwei Körper besitzt. Zum einen gibt es deinen übergewichtigen Körper, der nicht natürlich ist, den du gerne ändern möchtest, der dir nicht gefällt. Aber du hast auch noch die Möglichkeit eines körperlichen Zustands, mit dem du zufrieden bist und der für dich und deine Gesundheit optimal ist. Der schlanke Körper Der leichte Körper Und links vor dir, mit dem Rücken zu dir stehend, siehst du nun den übergewichtigen Körper von dir. Du siehst dich selbst, mit dem Rücken zu dir stehend, in einem übergewichtigen Zustand, der dir nicht gefällt, mit all seinen negativen Einflüssen auf dich, mit all den Rundungen, die du überhaupt nicht magst. Schaue dir nun ganz genau diesen übergewichtigen Körper, diesen übergewichtigen Teil von dir an. Er steht mit dem Rücken zu dir gerichtet. Schaue dir besonders all jene Dinge an, die dir nicht gefallen. Dieser Körper ist träge. Dieser Körper ist bequem und oft müde. Dieser Körper ist schwer. Rechts vor dir, ebenfalls mit dem Rücken zu dir stehend, siehst du nun den schlanken Körper, den schlanken Teil von dir. Du siehst dich ebenfalls, mit dem Rücken zu dir stehend, jedoch in deinem Optimalgewicht. Du siehst dich rechts von dir, ebenfalls mit dem Rücken zu dir stehend, genau mit dem Körpergewicht, das du gerne hättest und das gesund für dich ist, mit all den damit verbundenen Vorteilen. Du siehst die Körperformen, die dir gefallen. Du siehst eine gesunde, ausgeprägte Muskulatur. Du siehst einen kraftvollen Körper mit all den Körperformen, die dich attraktiv machen. Dieser Körper ist aktiv. Dieser Körper gibt dir die Möglichkeit, all jene Dinge zu tun, die du vorher wegen deines Übergewichts nie tun konntest oder tun wolltest. Dieser Körper bietet dir viel mehr Freiheit und Lebensqualität. Schaue dir nun noch einmal beide Körper an. Links vor dir der dicke und schwere Körper, der deine Lebensqualität beeinträchtigt. Rechts vor dir der Körper, den du dir wünschst. Der schlanke Körper, der dir viel mehr Freiheit und Lebensfreude gibt, als es der dicke und träge Körper jemals könnte. Der kraftvolle Körper, der schöne Körper. Ich werde gleich wieder von 1 bis 3 zählen. Und während ich von 1 bis 3 zähle, entscheidest du dich für einen dieser beiden Körper. Und bei der Zahl 3 angekommen, gehst du in diesen Körper hinein, für den du dich entschieden hast. Du wirst mit diesem Körper 1 werden und mit all den positiven Eigenschaften, die dieser Körper hat, verschmelzen. 1. Schaue dir beide Körper noch einmal ganz genau an. 2. Welchen dieser beiden Körper möchtest du nun für dich? Bei der nächsten Zahl wirst du 1 mit dem Körper, den du für dich wünschst und der gesund für dich ist. 3. Jetzt wirst du 1 mit dem Körper, den du dir ausgesucht hast. 4. Und du hast dir den schlanken und gesunden Körper ausgesucht, der dein Optimalgewicht hat. 4. Von diesem neuen Körper geht nun eine für dich unglaublich große Kraft aus. 5. Du fühlst dich leicht, kraftvoll, gesund. 5. In diesem Körper hast du nun die Möglichkeit, all jene Dinge zu tun, die du vorher als übergewichtiger Mensch entweder nie tun konntest oder nie tun wolltest. 6. Du kannst dein Leben nun völlig anders genießen. 7. Und dieser schlanke, gesunde und starke Körper ist nun zu einer Zielvorstellung für dein Unterbewusstsein geworden. 7. Dein Unterbewusstsein wird ab sofort mit all seinen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dafür sorgen, 7. Dass du von nun an immer mehr und mehr, auch in der realen Welt, diesen körperlichen und gesunden Zustand erreichst. 8. Dieser schlanke und gesunde Körper ist nun zu einer Zielvorstellung für dein Unterbewusstsein geworden, 9. Und es wird alle Möglichkeiten nutzen, um diesen Körper für dich völlig mühelos und ohne Anstrengung mit einem guten Gefühl zu erreichen. 9. Und wenn du diesen körperlichen Zustand dann erreicht hast, 10. Auf dem Weg zu deinem Ziel wirst du immer das Richtige im Sinne deiner Gesundheit tun. 10. Auf dem Weg zu deinem Ziel wirst du immer das Richtige im Sinne deiner Gesundheit tun. 11. Jedes Mal, wenn du dir eine CD anhörst, auf der ich zu dir spreche, 11. Wird sich die Wirkung verdoppeln und du wirst dich dabei immer wohler fühlen. 11. Ich zähle gleich von 1 bis 5. Bei der Zahl 5 angekommen, öffnest du die Augen und bist wieder hellwach zurück im Hier und Jetzt. 11. Dein Puls und dein Blutdruck, dein gesamter Kreislauf normalisiert sich auf für dich optimale Werte. 12. Puls, Blutdruck und dein gesamter Kreislauf stabilisiert sich auf für dich optimale Werte. 12. Dein Körper füllt sich mit Energie. Mit jedem Atemzug wirst du jetzt immer wacher und wacher. 13. Mit jedem Atemzug wirst du jetzt immer wacher und wacher. 14. Alles, was ich sagte, wird, wenn es gut und positiv für dich ist, sich auf dein Denken und Fühlen und dein Handeln auswirken. 15. Alles, was ich sagte und was gut und positiv für dich ist, ist tief und fest in deinem Unterbewusstsein gespeichert und verankert. 14. Mache dich bereit, bei der nächsten Zahl deine Augen zu öffnen. 15. Mit der nächsten Zahl öffnest du deine Augen und bist wieder hellwach zurück im Hier und Jetzt. 15. Augen auf, du bist hellwach zurück im Hier und Jetzt. 16. Augen auf, du bist hellwach und zurück im Hier und Jetzt. 16. Augen auf, du bist hellwach und zurück im Hier und jetzt. 17. Augen auf, du bist le bouncy. 17. Augen auf, du bistины hier und Books怎 allemaal damit sichceğinigte. 18. Augen auf, du bist hellwach und trotzdem immer copy. 18. Augen auf, du bist hellwach und zurück im Hier und Bandel ohne Portagnen. 19. Augen auf, du bist hellwach. 20. Augen auf, du bist willig mit dirällt vermass, stehst. 20. Augen auf, du bist hellwachbe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020